Ach ja, ich vermisse ein bisschen live in Soguts. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir echt mega Spaß gemacht. Da haben wir auch mega gebaut. Ja, das ist ja eher so ein Birkenhaus, ne? Ich muss mal eben so langsam gucken, wo wir denn so langsam vielleicht die Wände kriegen. Die Wände kriegen, damit wir vielleicht so ein bisschen mal wieder so Richtung Heimat kommen. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Hallo, mein kleiner Kabeljauch oder Lachs oder was auch immer du bist. Ich bin kein, äh... Äh? Fiep, Fiep! Sieht ja eher aus wie eine Gruft, Junge. Vorsicht! Oh, ich könnte mal ein bisschen, ähm... Was ist das denn hier? Feuerkugeln? Kenne ich gar nicht. Ähm... Ich weiß auch nicht, was man damit machen kann. Mit Feuerkugeln. Das sind wahrscheinlich auch nur Sachen, die man finden kann. Tipp, tipp ich jetzt mal. Tipp, 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 ha! Oh, so viele Zossen! Haltet ein, meine kleinen Zossen! Oh, ein Babyfugeln! Hallo! Ja, hallo! Jo! Faye ist übrigens, glaube ich, nach Maccas oder Burger King. Ich weiß es noch nicht. Ich trottel mir eigentlich nicht mitgefahren. Aber die wollten mich nicht dabei haben. Die haben gesagt, du stinkst, du bist blöd, du darfst nicht mit. Nein, haben die nicht gesagt. Quatsch. Wann hätte ich die verprügelt? Nee. Hm! Soll ich denn da auf die andere Seite kommen? Hm! Haltet ein, mein Zossen! Nuh! Aua! So. Wir sind in die Richtung. Bist du tropisch? Nein. Ich brauch Tropenholz. Das gibt's doch nicht. What? Tipp ich, dass da Tropenholz ist? Ich hätte nachgucken sollen vielleicht. Echt mal. Aber ich tippe auf Tropenholz. Paar Kau, Proben. Na toll. Vorhin war ich jemanden auf der Spur. Die Spur ist kalt. Was? So. Ich finde diese Sparhuhr nicht mehr. Woher? Die Spur hat sich verloren. Geh also tief runter, ey. Die Spur ist kalt. Die Spur ist kalt, wollte ich sagen. Au! Ich kann nicht hier hochschulen. Zum Glück. Wie können wir unser Lager aufschlagen? Kurzzeitig. Das ist ja kein Thema. Und dann legen wir uns einfach hin. Da haben wir ein aufgeschlagenes Lager. Ich muss mal was trinken. Ich sabbel die hier die ganze Zeit. Ah. So, hier wieder so Ziel setzen. Hä? Ach so. Ich hab jetzt sie gerade falsch gesetzt. Ah ne, ich bin... Oder? Na, ich hab das schräger gesetzt gehabt, ne? Hatt ich hier jetzt gerade einen Aussetzer? Nee, ne? Das sah gerade so irgendwie so nach einem Aussetzer aus. Bei mir auch eine Aufnahme. Aber vielleicht wäre es irgendwas gerade so ein bisschen auffriemelte. Das ist eher sumpf. Das ist kein, kein... Das hier ist eher alles Sumpfbiom. Nein, ich bin runtergefallen. Mann. Ich habe ein Feuerzeug. Halt mal hoch. Das habe ich gleich gar nichts mehr außer den Tod. Ich will beim Ian jetzt aber auch nicht nachgucken, was das ist. Und ihm gegebenenfalls was kaputt machen. Das wäre auch doof. Ob wir jemals wieder nach Hause finden. Ich weiß es nicht. Kommt wieder so mystische Musik hier. Mystisch. Was für geile Gebiete. Entschuldigung. Ist so. Kriege ich direkt mega Gänsehaut. Bei so geilen Gebieten. Muss mal gesagt werden. Der gefällt mir echt mega gut. Also unsere Wels, äh, unser Wels Generator ist echt mega. Ein Lama, ein Lama. Aus Yokohama. Weiter weiß ich nicht. Das geht mir voll ins Gesicht. Au. Geh mal weg. Tinten. Fisch. So, hochgeheilt. Hochgeheilt. Das finde ich schnallt. Ich bin hochgeheilt. Hier wäre auch, glaube ich, ein Riesenplatz zum Ba... Uäh. Zum Bauen. Oh nein. Echt jetzt? Wo stehen sie denn? Oh. Da. Da. Okay, wir müssen mal eben hochheilen. Das finde ich jetzt ein bisschen wichtig. So, haben wir ein Problem gelöst für alle Dörfer. Für alle Dörfer dieser Welt. Der wird wahrscheinlich erstmal kaputt geschlagen. Was ist das? Das ist auch keine Tropen. Auch kein Tropenholz. Ich kenne mich da aber auch jetzt ehrlich gesagt mit den Biomen mittlerweile nicht aus. Wie gesagt, ich habe nur live in the woods gespielt. Und da gab es eben halt relativ viele verschiedene Biome. Daher weiß ich jetzt auch gar nicht, wie so ein Tropenbiom aussieht und so weiter. Ich kann ja mal... Wie bitte denn überhaupt Tropen? Akazienholz, klar. Birkenholz. Eichenholz. Fichtenholz. Was auch immer. Ein Rinde Fichtenholz. Schwarz. Eichenholz. Akazienholz. Das ist vielleicht Akazienholz. Ich glaube, wir gehen beim Ian demnächst mal gucken, was das für ein Holz ist. Das ist irgendwie... Wie hieß du, was ich meine? Ich bin ja fast schon zu Hause. Kann man ja mal so gucken. Äh, zeigen. Okay, wir müssen jetzt mal eben einmal ganz kurz gucken. So, Ziel setzen. Das müsste dann mehr in die Richtung sein. Ich finde aber, wir haben echt einiges Schönes erlebt. Auch wenn wir jetzt nicht wirklich Höhlentouren gemacht haben, sondern einfach so eine kleine Wanderung. Wir haben was mega geiles gefunden. Das muss man ja auch nochmal sagen. Gibt es eigentlich sowas wie eine Waffenbank bei Minecraft mittlerweile? Ich muss dem Eintor noch antworten, der hat auf dem Video kommentiert bei mir. Ich habe es zwar gelesen, aber ich habe irgendwie gar nicht... Sorry, Eintor. Wenn du das siehst, tut mir leid. Ich war da so ein bisschen so in... Oh, ich muss aufnehmen, etc. Oh, und ich darf nicht vergessen, der Server nochmal zu verlängern. Vom 10. Am 10. stoppt der Server. Aber muss ich schon mal wieder verlängern. Wobei... Wollt ihr überhaupt, dass ich den Server verlängere? Weil ich hänge da nicht im Server. Ich hänge an meinen Welten generell, irgendwie von Minecraft. Auch wenn ich total der Kack-Bauer bin. Also, Kack-R-Bauer. So wird ein Schuh raus. Und das? Was war das jetzt? Oder war das nur... Das war nur von den Sonnenstrahlen. Der Kack-R-Bauer bin. Aber irgendwie hänge ich total an meinen Welten halt. Kann mir da leider nicht helfen, weil... Hm. Oh. Oh! Oh! Nein! Aua. Ich baue mir ein Bett hier oben auf. Ist vielleicht sicherer. Wobei, bei meinem Sturz gerade wahrscheinlich nicht. Ja klar. Warum auch nicht? Ich kann ja mal erstmal da abstürzen. Interessiert ja keinen. Alter, warum... Ist denn das alles so hoch? Aua. Warum nehme ich... Aua. Schaden. Hör mal auf zu springen. Oder bin ich das selber? Du, ich versehe nicht immer, äh... Das genervt halt die Leertaste, weil ich mich erschrecke. Ich möchte ja nix, äh... Ne? Muss ja nicht unbedingt das Spiel sein. Kann auch einfach mal eine Spielweise sein. Die einfach zum Kotzen ist. Das auch. Aber... Muss man ja jetzt mir nicht so auf die Nase binden, ne? Du, 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 du... Das ist so. Ich will Richtung Heimat. Das wäre wie Einrad. Hm. Hm. Mist. Ja klar. Au. Mann. Warum? Alter, irgendwo ist eine Hexe hier. Ich glaube, ich renne auch noch ausgerechnet auf die zu. Naja, hoffen wir mal, dass die Hexe irgendwo, äh... ...irgendwo anders ist. Unterirdisch oder so. Nein, er ist sie nicht. Ciao. Au. Alter, warum ist die so schnell? Die alte, dumme Sumpfkuh. Was soll ich denn das? Alter, ey. Äh, die sind immer noch hinter mir her. Oh, die kommt nicht im Wasser, oder? Ja, natürlich kommt die im Wasser. Alter, da kommt mir die olle... ...alte Hexenbraten... ...tun sie auch noch hinterher. Das gibt's doch nicht. Wo sind wir denn hier? In Minecraft. Das weiß ich auch. Oh. Wo bin ich denn jetzt fest? Achso, an der Kante. Sumpfige Lande. Und dann kommt direkt hier die Hexe. Ich dachte echt, die wäre unterirdisch gewesen. Und sag noch, vielleicht haben wir Glück und die ist unterirdisch. Nein, haben wir nicht. Sie wächst... Nein, ey, was ist denn da jetzt schon wieder los? Sag mal, was hab ich denn heute? Ey, da war ein ganzer Trupp auf mich. Da. Huch. Hüüüüüüüüüüü.